Gut, ja Richtig, Dominic bekommt er da gerade irgendwie Kaum bis gar keiner gesagt, das kommt dann Skam hier rein, aber Bruder, ähm Ja, Lightning, okay, gut, Lightning kommt dann auf den Turm, hat jetzt auch nichts gebracht Aber jetzt kommt er einfach in die nächste Hex-Mode, das kommt einfach in die nächste Hex-Mode, eventuell jetzt mal zünden, das wäre vielleicht ganz smart Lässt er auch komplett bleiben Digga, es ist halt, er hat halt so viel Spam, aber es bringt irgendwie nichts, der Meiner kommt jetzt rein Ja, aber jetzt, das war's, oder nicht? Das war's doch, safe, oder? Oh, bei Motor kommt rein, oh mein Gott, warte, was? Was, 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 warte, 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 oh mein Gott, Halsmaul Halsmaul, 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 Halsop, oh mein Gott, was, ein Game Was ist denn das? Er hat einfach mit Spam, er hat wegen Spam, mit Spam gegen die Hex-Mutter gewonnen, was war das denn, wie stark? Digga, das war unfassbar krass Habt ihr das gesehen?